So, meine Lieben, wie versprochen, gibt es einen Link für das dritte Bonus-Kapitel. Ihr findet es in der Beschreibung dieses Videos. Für diejenigen, die es nicht hören wollen, gibt es gleich noch eine kurze Zusammenfassung. Wer es schon gehört hat, der kann diese überspringen. Ich werde explizit Lesezeichen in diesem Kapitel mit einfügen, sodass ihr gut navigieren könnt. Ich wünsche euch dann jetzt schon mal viel Spaß mit dem letzten oder den letzten Kapiteln der Win-Win-Situation. Hermione möchte mehr von Draco als nur küssen und kuscheln. Doch dieser nimmt immer Reiß aus, sobald es weiter zur Sache geht. Als sie ihn schließlich in ihrem Zimmer zur Rede stellt, erklärt er ihr, dass er ein Gentleman ist und ihre Fünsche akzeptiert und warten kann, bis sie wirklich verheiratet sind. Er fragt sie, wann denn eine Hochzeit für sie angemessen erscheint. Hermione nimmt das nicht hin. Kurz darauf finden sich beide in Herminies Bett wieder, wo sie sich einem ausgedehnten Vorspiel hingeben. Dabei kommt es unter anderem dazu, dass Draco Hermione fesselt, um einen seiner Träume auszuleben. Allerdings ist er die ganze Zeit vorsichtig und hat Angst, ihr wehzutun. Als sie dann wirklich anfangen, meint Draco, er möchte, dass sie vor Lust schreit. Das tut sie auch, als er ihre Empfindungen mit einem Zauber verstärkt. Das nächste, das passiert, ist, dass die Zimmertür explodiert. Draco schafft es noch, den Kopf zu heben und ein ungläubiges »Potter« hervorzubringen, bevor sein Zauberstab davonfliegt und Harry das Zimmer stürmt mit den Worten »Horunter von ihr, Todesser«. Kurz darauf fliegt Draco von einem Zauber getroffen durch das Zimmer. Hermione bombardiert Harry mit Kissen in Ermangelung besserer Wurfgeschosse. Dieser realisiert nun auch, dass die Situation vielleicht nicht ganz diejenige war, für die er sie zuerst gehalten hat. Nachdem Hermione sich wieder gefangen hat, geht sie zuerst zu Draco, der aber lieber allein sein will. Danach sucht sie Harry auf, der verstört in Ginnys Armen liegt und versucht, die Bilder aus dem Kopf zu bekommen und immer noch hofft, dass das alles nicht wirklich passiert ist. Als Hermione wieder ins Zimmer zurückgeht, gelingt es ihr, Draco zumindest ein bisschen aufzumuntern. Am Ende meint sie, dass er eben so gut im Bett gewesen wäre, dass sogar Harry gekommen ist. Tapp, tapp, tapp. Hermonis Finger tippte nervös gegen die Tischplatte. Heute hatte sie sich wieder an ihren größten Fehler erinnert. Damals, als Harry Potter, die Ein-Mann-Armee, ihr Zimmer gestürmt hatte. Das war nun zehn Jahre her. Die Folgen dieses Tages waren weitreichend gewesen. Sie und Draco hatten viel nachgeholt. Die noch nicht vorhandene Freundschaft zwischen Harry und Draco hatte einen dauerhaften Knacks bekommen und Harry war seitdem jeden Tag zu spät zum ersten Unterricht erschienen. Auch der Satz Und dann ist Harry gekommen wurde von Eingeweihten immer wieder verwendet. Von diesen Dingen abgesehen, was wurde aus der Beziehung zwischen Draco und ihr? Die war hervorragend gelaufen. Auch wenn er die ersten Jahre kaum die Finger von ihr hatte lassen können und wenn er es doch geschafft hatte. Sie besah sich ihre Fingerspitzen. Naja, abwechslungsreich war es auf jeden Fall gewesen. Es gab nichts, was sie nicht ausprobiert hätten. Auch ihr Debüt im Männer war anders ausgefallen, als sie erwartet hatte. Narcissa hatte sie zwar noch normal begrüßt, war aber danach wie vom Erdboden verschluckt. Lucius, der gerade Zeitung gelesen hatte, faltete diese bei ihrem Eintreffen zusammen. Doch als er den Ring um ihren Hals bammeln sah, war die Zeitung auch schon wieder aufgeklappt und sein Gesicht dahinter verschwunden. »Draco, wir reden später«, ertönte eine hochmütige Stimme hinter der Zeitung. »Ich denke, es gibt nichts weiter zu sagen«, antwortete sein Sohn. Lucius grummelte noch, und damit war die Sache betreffend des reilen Blutes zu Hermeinis Überraschung tatsächlich auch schon überstanden. Es gab keinerlei Geschrei und kein Gezeter in der Familie Malfoy. Ganz im Gegenteil. Später erfuhr sie, dass Dracos Eltern anfangs sogar ein wenig Angst vor ihr gehabt hatten. Eine unbegründete Furcht, denn sie war nicht an dem Familienreichtum interessiert. Statt vom Familiengold zu leben, war sie eine Karrierefrau geworden. Ihr Aufstieg ging schnell, und jeder wusste von ihrer Verbindung zur Familie Malfoy. Doch auch für sie gab es Grenzen. Irgendwann wurde ihr von ihrem Vorgesetzten gesagt, dass sie alles erreicht hatte, was eine Muggelgeborene ebenso erreichen konnte. Sie hatte es Draco erzählt, und dieser wohl seinem Vater. Und so kam es, dass Lucius am nächsten Tag ihren Vorgesetzten musterte. Dieser fühlte sich sichtlich unwohl unter dem überheblichen Blick des reinblütigen Magiers. Nach mindestens fünfzehn Minuten Frostblick, wie Hermeini es nannte, stellte der ältere Magier nonchalant die Frage, »Wie viel?« Sie glaubte sich verhört zu haben, doch ihr Chef nannte eine unglaublich hohe Zahl. Lucius hob eine Augenbraue. Es gab ein weiteres Blickduell, und schließlich zog ihr Schwiegervater in Spee ein Scheckbuch heraus und schrieb etwas darauf. Hermeini traute ihren Augen nicht, als sie ihrem Chef den Zettel überreichte. »Das ist nicht euer Ernst!«, brachte sie heraus. Sie war gerade Zeugin einer hochgradigen Bestechung geworden. Doch keiner der beiden Magier schien sonderlich beeindruckt von ihr. Als sie mit Lucius allein war, musterte sie dieser noch einmal. »Es gibt Dinge, in die es sich lohnt zu investieren«, klärte sie der Ältere auf. »Und ich erwarte mir viel von dir.« »Hermeini, du bist dein Gewicht in Gold wert!« Er zog eine Augenbraue hoch. »Vielleicht solltest du aber auch etwas zunehmen.« Lucius Malfoy war wahrlich nicht gut darin, Komplimente zu machen. An diesem Tag hatte er sie allerdings zum ersten Mal mit ihrem Vornamen angesprochen, und von da an schien das Eis zwischen ihr und ihren Schwiegereltern in Spee endgültig gebrochen zu sein. Was ihre Karriere betraf, die ging wieder steil nach oben. Aber auch andere Überraschungen waren seither geschehen. Ron, der schon beim Gedanken an eine Hochzeit mit ihr das Gesicht verzogen hatte, war der erste ihrer Freunde, der sich verlobt und anschließend geheiratet hatte. Auch Blaise und Daphne waren ein Paar geworden. Selbst Millie und Pants hatten vor ihr den Brautschleier getragen. Nur Ginny war übrig geblieben. Tapp, tapp, tapp. Und nun war schließlich auch der Tag gekommen, an dem Harry und Ginny den Bund der Ehe eingingen. Nur zwei Namen fehlten im trauten Kreis der Verheirateten. Sie warf ihrem »Immer noch Freund« einen bösen Blick zu, den dieser komplett ignorierte. Was halfen böse Blicke, wenn sie nicht gesehen wurden? An dem Tag, an dem Harry das Zimmer gestürmt hatte, hätte sie sagen sollen, »Wir heiraten ein Jahr nach unserem Abschluss.« Aber sie hatte es nicht getan. Das war im Nachhinein ihr größter Fehler gewesen. Jetzt, zehn Jahre nach der Schule, waren ihre Finger immer noch ringlos. Sie waren nicht einmal verlobt. Seufzend sah sie in Richtung Ginny, die sich bereit machte, den Brautstrauß zu werfen. Die jungen, unverheirateten Hexen hoben ihre Zauberstäbe, um ihn zu sich zu hexen. »Möchtest du ihn nicht fangen?« fragte Draco, doch sie schüttelte den Kopf. »Das ist lächerlich!« Draco grinste. »Du weißt, dass sie einen bindenden Fluch auf den Strauß gelegt haben?« Hermione schoss nach oben. Ohne sich zu verabschieden, mischte sie sich unter die Menge. »Achio, Brautstrauß!« ertönte es im Chor von den Hexen. Nur wenige Minuten später kam Hermione triumphierend mit dem Strauß zurück. Draco lachte. »Wie viele Blumen hat er?« wollte er wissen. Hermione zählte. »Genau fünfzig!« war die Antwort. Dann ging Draco auf sie zu und kniete sich vor ihr nieder. »Hermione Granger, willst du in fünfzig Tagen meine Frau werden?« stellte er die Frage, auf die sie so lange gewartet hatte. Gleichzeitig holte er ein kleines Kästchen mit einem glänzenden Ring aus seiner Tasche. Vor lauter Schreck ließ sie den Strauß fallen und schlug die Hände über ihr Mund zusammen. Draco wartete. »Fünfzig Tage?« fragte sie erneut nach. »Sie muss die Vorbereitungen treffen. Am besten jetzt schon anfangen.« »Willst du oder willst du nicht?« kam es ungeduldig von ihrem Freund. »Natürlich will ich!« Hermione schnappte sich den Ring und streifte ihn über. »Oh, Draco!« Ihr fehlten die Worte. Danach verfiel sie in einen Freudentaumel. Alle beglückwünschten sie, und den Rest des Tages verbrachte sie wie in Trance, bis zur Verabschiedung. Hermione drückte Ginny an sich. »Danke, und danke für den bindenden Fluch auf dem Brautstrauß!«, flüsterte sie ihrer Freundin zu. »Welcher Fluch?«, fragte diese unschuldig. Hermione war verwirrt. »War kein Fluch auf dem Strauß gewesen?« »Aber warum sollte Draco ihr dann?« »Und wo hatte er so schnell einen Ring herbekommen?« »Sie sah, wie ihr Freund?« »Nein, ihr Verlobte!« Harry die Hand hinhielt. Das war seltsam. Selbst so viele Jahre später waren die beiden sich wie Hund und Katz. »Ich denke, wir sind jetzt quitt!«, kam es von ihrem Liebhaber. Die Zähne zusammenbeißend nahm Harry die Hand entgegen. »Quitt?« »Warum?« Und dann fiel es ihr wie Schuppen vor den Augen. »Oh, Palmele, nein! Wir haben eure Hochzeit gecrasht!« Draco hatte wirklich ein Riesenaufhebens um ihre Verlobung gemacht, an einem Tag, der allein Harry und Ginny gehören hätte sollen. Ginny lächelte ihr nur zu und legte eine Hand auf ihre Schulter. »Ist schon gut, Meini! Wir freuen uns für dich! Wirklich! Es war sowieso ein stressiger Tag und du hast so lange darauf gewartet.« Harry dagegen knirschte nur weiter mit seinen Zähnen. Sie boxte Draco in die Seite für diesen Streich. Natürlich musste er ihn regieren, um sich endlich die Rache an Harry zu verschaffen. Dann die nächste Erkenntnis. »Du hast mit unserer Verlobung nur deswegen so lange gewartet, damit du Harrys Hochzeit crashen kannst!« Draco zog auf diese Anschuldigung hin nur mit den Schultern. »Was kann ich dafür, wenn Goldjunge sich so viel Zeit lässt mit dem Heiraten?« Noch einmal wandte er sich Harry zu. »Du bist auch eingeladen zu unserer Hochzeit. Aber Merlin schenke dir Gnade, wenn du unsere Hochzeitsnacht stürmst!« So, als allererstes möchte ich mal Danke sagen für alle, die so weit gekommen sind in der Fanfiction. Es war ein langer Weg, aber er hat jetzt wirklich ein Ende. Und das war's jetzt mit der Win-Win-Situation. Lasst doch bitte einen Like und, wenn's geht, auch ein Abo da. Und ihr könnt auch, wenn ihr Wattpad habt, der Geschichte auf Wattpad das ein oder andere Sternchen geben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich wünsche euch nach allem jetzt einen wunderschönen Tag. Und man hört sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao!